Ja, ihr müsst mich nicht so anschauen. Ich will euch nur zu Hause haben. Ja, ihr könnt euch nicht so anschauen. Ja, ihr könnt euch nicht so anschauen. So, Schnellzeine machen. Und jetzt noch Razzanto. So. Und schon haben wir es. Ja toll, hier haben wir sehr viel Platz. So. So. So, jetzt komm bitte rein, müssen wir hier noch ein bisschen aufmachen, sonst kommt sie hier gar nicht rein, komm, wo sind die anderen hin, komm, da ist noch einer, ah, wieso gehen die so weit weg, blöde K.I. Geschafft, wo hat's geschaffen? Na, das hab ich mir gedacht. Komm, Kuh. Nein, du gehst jetzt nicht dorthin. Komm, komm jetzt hier. Das ist sowas von scheisse gemacht. Ja, ich könnte wirklich weinen und lachen zugleich. So eine schlechte KI anbauen und dann sich darüber freuen, das kann nur mal, ja. So. Und weh, geh wieder raus. Komm da, was ist denn so schlimm an diesem Weizen? Tools. Gut, 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 gut. So, hier haben wir irgendwo noch ein bisschen gesehen. Und da drüben auch. Ah, noch ein Hexikal. So, sonst sehe ich nichts mehr. Alles gut. Ich komme ja. No, Brust, Ressi. Ah, Gravan, Sveinchen. So. Loll, so viel. So. Die verkaufen nur schon. Nee, nicht so ein Schild. Schau. Die sind nicht gut. Die sind fast nutzlos. Die wäre eine Theorie. Ja. Gut, damit nichts zerstört wird. Ja. Die Bäume sind wieder gewachsen und haben einen riesigen Baum gemacht. Machen riesen Krater und beinhalten nur ein paar Meteoriten. Die farmt man auf A, binne zwölf. Da sind genug. So. Ja. Wir könnten mal die Schaum... äh, die Insel begutachten. noch nicht sonst. Macht es ja keinen Spaß mehr. Komm mit. ... Unterfliegende Insel. Okay, du kannst es ja dann im Let's Play schauen, was da oben ist. Okay, jetzt nicht warten und... ...